Der Schätzte Besucher Batgans Drei Befehlshaber für den Orden arbeiten. Und es gibt einen Dritten. Ihren Anführer. Drei? Das erklärt den Einfluss des Ordens in Ashakir. Die ersten beiden heißen Aroch und Elaeshma. Den Dritten nennen sie El Mardihwar. Sie verstecken sich hinter großen Namen wie eingebildete Kinder. Halte ihre Eitelkeiten nicht für Kinderkram. Der Orden ist die wahre Macht hinter den Abasiden. Hast du etwas entdeckt, das hilft sie zu identifizieren? Der Mann namens Aroch wurde von seinem Gefährten Jasur genannt. Er verheimlicht seine Vergangenheit und lebt in Furcht deswegen. Jasur, ja. Das muss der arabische Stratege Jasur Ibn Basil sein. Ich hörte von ihm. Ein Feigling, der die Siege anderer auf dem Schlachtfeld als seine eigenen ausgab. Er gibt sich viel Mühe, diese Vergangenheit zu verschleiern. Jasur hat eine Villa in Casasale im Westen. Du könntest dort nach ihm suchen. Der Mann namens Elaeshma heißt in Wirklichkeit Nadir. Er befehligt Schiffe und ist nicht so ängstlich wie sein Gefährte. Eher hochmütig. Nadir. Das muss Admiral Nadir Ibn Hafid sein. Ein prahlerischer Narr, dem seine Schiffe wichtiger sind als seine Männer. Ah ja, der Admiral. Überheblich, aber auch ein Genie. Er entfarf einige neue Kriegsschiffe für den Kalifen. Wenn sie Nadir rekrutiert haben, ist der Einfluss des Ordens gewachsen. Du könntest im unteren Hafen im Norden nach ihm suchen. Und Ihr Anführer El-Mardihwar. Ich weiß nur, dass er nicht in Asharkia ist und bald zurückkehren soll. Dieser Name sagt mir nichts. Ich höre ihn zum ersten Mal. Wenn er Ihr Anführer ist, hat er den Tod meiner Männer befohlen. Er ist es, den Du finden musst. Ja. Und auch aus anderen Gründen. Der beste Weg, ihn zu finden, ist über die anderen beiden. Finde diesen El-Mardihwar, Basim. Wie vereinbart. Ich warte auf Beshi. Ich danke Dir für die Befreiung meiner Männer. Nimm diese Münze als Lohn. Ich finde Jasur und Nadir und enttarne ihren Anführer. Sie werden nun vorsichtig sein. Beschützt in ihren Festungen. Vielleicht musst Du sie rauslocken. Lass Vorsicht walten, Basim. Diese Leute sind gefährlich. Das bin ich auch. Sei gegrüßt. Sei gegrüßt. Habt Ihr neue Werkzeuge ersonnen? Das ist mein Angebot. War's das? Kannst Du das verbessern? Sieh Dich um! Sonst noch was? Eure Hilfe ist unbezahlbar. Bis bald! Söne im Helvet. Sieh Dich! Wie viele Menschen sind frei. Sieh Dich? Sieh Dich, dein Leben! Sieh Dich! Sieh Dich! Okay, Ihre whoa, okay, okay. Sieh Dich! Sieh Dich! Sieh Dich! Sieh Dich! Söne, mein Dich! Sieh Dich! Sieh Dich! Das sind die Berichte über jemanden, die das Kalifat und das System, das uns schützt mit Füßen. Das sind die Berichte über jemanden, die das Kalifat und das System, das uns schützt mit Füßen. Er lässt seine Ausrüstung verkommen. Die dürfen dir auch nicht ausgehen. Mhm. Verkauft. Das war's also für heute? Ich gehe dann mal. Komm gern öfter vorbei. Ja, ich bin. Ja, ich bin. Ja, ich bin. Hier ist alles in Bereitschaft. Ich werde erwartet. Für dich gibt's hier nichts. Hier ist alles in Kido. Hier ist alles in Kido. Hier ist alles in Kido. Warst du schon bei Abdullah? Hätte dir gefallen. Geh weg! Hey! Du bist da irgendwo, oder? Da! 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 Halt! 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 Ja! Halt! 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 Oh, 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 oh. Oh, come on! Gleich verstummst du! Hakenfuß! Nein! Das geht besser! Elender Feigling! Bleib stehen und kämpfen! Das geht besser! Das geht besser! Wie fällt eigentlich da runter? Ich mach dich alle! Du wirst bleiben! Keiner drinnen! Du wirst bleiben! Der Schimmel macht Freude! Genug uns in Geredet! Ich bin der Schiff. Ich habe die Schiffe nicht. Ich habe meine Schiff. Ich habe die Schiff. Ich habe die Schiff. Komm wieder her, ich zerbkebetscht dich. Halt, du steil dich. Schuhe Kosti, big man verbläst uns hier aus. Ich bin, du steil dich. Ja! Ein Schlüssel. Es muss eine passende Tür geben. Ich hole dich mir, du Wurm. Ich lösche dich aus. Ich hole dich. Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Du hast hier nichts zu suchen. Hey, HALT! Jetzt stirbst du! Du hast dich zusammenlassen! Sofort! Das bist du ja! Hm? Hm? Die Griechen sind gerissen! Du hast hier nichts zu tun! Du hast hier nichts zu tun! Kein Schritt mehr! Ja! 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 Ich krieg dich! WTABAN genial! OK! F gusto! Du hast du kein - Tiens übergehen! Leinen alte B dakika! Aufpassen! Du wirst rahmen, Mutter! Ich kümse mich! Dein Tod ist unvermeidlich! Weiter Druck machen! So schnell bist du nicht, feiges Aßen! Ich sehe es! Ich brauch' dir Hilfe! Nein, komm zurück! Hey, was ist mit dich gefahren? Das ist du ja! Hey, was ist mit dich gefahren? Ja! Das ist du ja! Mach' dich! Ha! Bleib stehen und kämpfe! Da! Da! Der will abhauen! Ah! Halt! Stell dich! Sitz! Überein! Ja, sorry! Vor uns kann sich nichts verstecken. Hey! Warte! 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 Augenblick! Nieder mit dir! Elender Feigling. Hasenfuß! Los, hier lang! Ja! Ach, hab ich nicht! Ha! Gut! Das wisst du ja! Hm? Hm? Spitz dich auf! Das Vergnügen lässt ganz weit! Beine anwoffeln! Ja, so, Herr Hund! Ja! Jetzt machst du dir ein Zempf, hm? Ha! 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 Komm zurück! Ja! 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 Dann mach ich ihn an, Kämpfer! Was hast du da? Halt! Steig! Seel! Lauf! Der Loser, pack dich! Pack dich! Wurr! Wir sind hinter dir! Oh, ja. Was ist das? Wie lange kannst du für dich verstecken? Dein Schicksal ist besiegelt. Was ist das? Hast du ja gar das nach Scham gesehen? So ein guter Witz. Ja, dann gibt es das. Der Balkon des Strategen könnte offen sein, ziemlich mutig für einen Feigling und dumm. Der Balkon des Strategen könnte offen sein, aber es ist ein Mörder, was uns nächstes geschieht. Der Balkon des Strategen könnte offen sein, aber es ist ein Mörder. Der Balkon des Strategen könnte offen sein, aber es ist ein Mörder. Der Balkon des Strategen könnte offen sein, aber es ist ein Mörder. Der Schlüssel bringt nur Ärger, wenn du... Luther! Mein Schlüssel. Es muss eine passende Tür geben. Du stehst nicht mehr auf. Hilfe! Bitte! Verdammt! Ich muss fliehen! Hey! Nein! Noo! Was? Eine Nachricht! El Mardihwar hatte Fragen zur Vergangenheit unseres Freundes. Klug. Er wurde in die große Garnison bestellt. Einer wäre erledigt. Nun zu Elaeshma. Ja! 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 Gehen! offenses Sch esperar. Ich raffrecht! Das war's für heute. 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 Das war's für heute.